Wer kennt es nicht? So. Ich muss nur diesen Berglautkompass, aber ich geh das mal nach da lang. Ich hab Hunger und ich streife durch die Welt. Äh, ja. Was mir gerade so klar wird, wenn der Hunger auf 0% sinken sollte bei uns, also auf 0% Brot, dann kriegen wir ja Schaden und zwar ordentlich Schaden. Ich überlege gerade, ob ich dann auf einfach stehe, damit ich wenigstens auf 5% bin. Ich werde ja eh nicht sterben, also von daher. Ich kenn mich ja, wenn ich jetzt hier sterben sollte, dann werde ich sowieso, äh, das Spiel auf, auf, ähm, einfach setzen, äh, auf, äh, peaceful. Weil ich dann, äh, nicht, weil ich keinen Bock hab, das Zeug zu verlieren. Das, ich kenn mich ja leider. Ich weiß, es ist schlimm. Oh, Schwein! Schwein, 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 Schwein. Ja, natürlich will ich das haben. Ähm. Schwein! 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 So, Schwein, Schwein und Holz. Na, Schwein! Na, Schwein! Na, Schwein! Ich tue mir leid, ich habe für einen guten Zweck. Ja, haltet das Let's Play am Laufen. Ihr seid ein wichtiger Teil dieses Displays geworden jetzt. Sieht sogar richtig lecker aus in dem Tech-Job-Mack. Vielleicht noch ein wenig rosa, aber ansonsten. Wir haben endlich wieder genug zu essen und können ungetrost unseren Heimweg fortsetzen. Nur werde ich wahrscheinlich das Holz hier lassen müssen. So, ich meine, man kann sich nicht unbedingt dafür rüben, dass man dreimal dieselbe Platte hat. Ich habe dreimal dieselbe Platte gefunden, ich spiele full fame und so. Nein, bist du nicht. Und auf in einem Eiltempo nach Hause. Wir wollen uns die ganze Mutter und Folgen damit verbringen, uns irgendwie verlaufen zu haben. Wir haben zwar lustige Trinke gefunden, obwohl ich mir vielleicht ein paar mehr Diamanten erhofft hätte. Wir hätten auch bestimmt noch ein paar gefunden, aber leider war es mir das Risiko dann in der Höhle zu groß. Was? Ich kenne mich ja. Ich weiß halt wie schnell ich sterbe. Ich bin z.B. immer noch nicht der Meinung, dass ich da halt zu Hause ankomme. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass das doch etwas in die Luft jagen wird oder so. Das ist ein großer Berg. Auf jeden Fall. Ich habe auch immer schon Kleider gesehen. Ich finde die neuen Berge mega geil. Ich finde das mega gut aus, dass es jetzt in so etwas wie Berge gibt. Früher waren das ja eher so Hügel, jetzt sehen die schon echt gut aus. Was für richtig, ich guck dir mal an, hier ist ein richtiger Zähler drin, das ist schon voll krass. Und das schränkt ja nicht das Bauverhalten, du könntest hier richtig, guck mal wie geil du hier drin bauen könntest. Du könntest hier so eine Stadt auf dem Hügel draufbauen, also so eine Gegend auf dem Hügel aufbauen, würde schon nice aussehen. Hier könntest du so einen Steinbruch reinzimmern. So. So einen Steinbruch hätte ich gerne bei uns, würde ich mir so einen richtig schönen Steinbruch machen, vielleicht dann mit ein paar Kränen und so. Würde ich, das finde ich cool, das sieht gut aus, das sieht echt gut aus. So. Auf in Richtung getraute Heimat. Oh mein Gott. Aua. Aua. Ich hoffe, es dauert nicht noch zu lange, jetzt. Nicht wundern, dass ich so manchmal so komisch trägt so laufe, das ist dann, wenn ich Kaffee trinke währenddessen. Da, mit der nicht kalt wird. Problem an der Sache ist, der steht jetzt schon so lange, dass er schon kalt ist. Es ist also nur noch eine Frage des nicht mehr, nicht noch kälter werdens, aber hier, oh, es sieht so geil aus, ey, ohne Mist. Guck dir das mal an. Ich würde mir sofort mal lange aufschlagen. Wenn ich hier spawnen würde, ich würde mich so freuen, ey. Es gibt so viele geile Stellen, wenn ich hier so mit Wasser laufe, gleich. Es gibt echt so viele geile Stellen mittlerweile. Ich würde es einfach feiern, wenn man einfach so Portale immer mal bauen könnte. Das ist ja eine Option mal für Minecraft. Portale, die einen nicht erst durch Never bringen, sondern mit denen man wirklich an einen anderen Ort reisen kann. Die müssten aber dann wirklich richtig krass teuer sein. Dann hätte man sich genau überlegt, wo man so Portale aufstellt. Zum Beispiel auch komplett aus Diamanten. So ein wirklich komplettes Diamantportal. Ich meine, so ein Portal kostet ja 10 Stück. Das heißt, es wären auch wenn wir schon mal 90 Diamanten für so ein Portal. Und dann... Huch. Und dann müsste man gegenüberliegend... Ähm... Die Musik... ...gefällt mir gerade gar nicht. Passend zu der... ...sehr dunklen Nacht. Da müsste man natürlich passend zu dem Portal noch ein anderes Portal bauen. Das heißt, das würde sich nicht selbst craften. Das ist ja logisch, weil du willst es ja woanders hinhaben. Und dann könnte man auch wirklich nur einzigste Portale machen. Das wäre eine Option. Aus Diamanten. Aber man könnte wirklich nur ein einziges... Ähm... ...leine einzigste Verbindung schaffen. So. Mal da Kaffee trinken. Mal da Kaffee trinken. für mods online aber ganz kurz gucken moment denke ich mal das war so klar in lanen öffnen schieds erlauben land starten wo das war jetzt nicht geplant egal doch klar ich will ganz gut gucken ob der backpack mod noch aktiv ist der ist aktiv hoch ist aktiv ich weiß aber nicht immer die macht tooltip backpack resalver ganz kurz moment wird die beiden fackeln Genau jetzt ist das das Ding ja. Keine Ahnung. Wo war ich gerade? Ist das ein Goldschwert hier? Ich bin leicht Buch und Feder. Keeperkopf. Ich bin leicht verwirrt. Die kriegt man ja auch nicht so diese Schallplatte. Die kriegt man ja auch noch in diesem Dings hier. Richterlohre. Quantum Backpack. Hä? Handwerk? Das ist wahrscheinlich. Can't be opened because its quantum chest has been destroyed. So, den habe ich gerade gar nicht geöffnet, okay. Grey Backpack. Black Backpack. Backpack. Normaler Backpack. Den kann ich öffnen. Close. Aber wie macht man den denn nochmal? Ich wisse nicht wie man die macht. Ich guck das mal nach jetzt. Moment, erstmal gehe ich mal wieder aus dem Gamebot raus hier. Gamebot 0. So. Dann lasse ich dieses mal so an. Und ich weiß nicht, ich kann ja theoretisch eigentlich das Internet anmachen und in ein Fenster ziehen. Oh. Nicht, dass die Musik hier angeht. Und dann sollte eigentlich, genau. Theoretisch müsstet ihr jetzt gar nicht sehen, dass ich gerade hier drinnen bin. Ich wollte jetzt gerade nur die Hintergrundinformationen hier wieder machen. Ich muss mal dieses F3 aus. So. Und ich gehe da währenddessen einfach mal bei Wikipedia Backpack Mode. So. Jetzt überlegen, was ich da reingehe. Backpack Hexe, ne Backpacks. Minecraft Mods. Backpack Mode. A bit more colorful. Ja, das würde es eigentlich sein. Es war ja mal mit gebrannten Leder. Das haben wir ja auch mal gemacht. Die Leute, die öfters mal ins Display reinschauen oder das Display auch verfolgen regelmäßig, werden das wissen. Updated 29.06. Okay. Text Tupic, äh genau. Normal Backpacks. Text Tupic, steril page, How to craft the Backpacks. You craft the Backpack like a chess butt with leather instead of wood. ". Text Tupic, rarst bei Space Center, Ausledirung. Text Wacker, zetоре. Text Tuite 하고, Text Tupic, Text Tupic, Text Tupic, Text Tupic, Text Tupic. Text Tupic, Text Tupic, Ender Backpack Workbench Backpack Upgrading Backpack Gebundenes Leder Gebranntes Leder How to use Tim Version Lock Steht jetzt auch nicht Mod Reviews Steht auch nicht Ähm I've been waiting a long time for this Eine gute Wirke Ja keine Ahnung Ich bin überfordert Das ist doof Ihr seht es leider nicht tut mir leid Aber Ähm Also laut diesem Mod Nur mal so Ist überhaupt noch Tag oder Moment Es ist noch Nacht okay Ja 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 Ja